Ja, hoi zusammen. So, wir nehmen euch wieder mit, Signature at Work, da zeigen wir euch unseren Alltag, mit welchen Problemen wir jetzt kämpfen haben und wie wir diese lösen. Genau um das geht's. Heute haben wir einen wunderschönen Piaggio Boxer auf dem Tisch und da zeigen wir euch etwas über ein absolutes Tuning, Renngehäuse etc. Was bringt das für Probleme mit sich? Also gut, dann erzählen wir nicht mehr. Ich möchte eigentlich auf diese wunderschöne Gefärbe eingehen, das ist zwar 70 Grad, aber für mich ist das die gleiche Kategorie wie Honda Camino, Peugeot 1 etc. Die ganzen Chargen. Und lustigerweise gefällt mir das immer mehr, einerseits antriebstechnisch, andererseits natürlich auch, ich denke immer daran, so die Töffli, 2,5 Mille aufwärts für den handgeschalteten Sachs, mit dem Puch reden wir schon gar nicht mit Belmondo. Und das Zeug, ich finde das auch etwas krass, dass die Jungen, 4,10 Mille, wo sollen die 2,5 Mille hernehmen für einen handgeschalteten Hobbel? Und auch bei uns natürlich, wir können das Zeug auch gerne geschenkt über, wir haben genau die gleichen Preise wie ihr auch. Und darum wird es in Zukunft vielleicht noch etwas mehr geben, weil ich finde es einfach irgendwie geil, das Zeug ist noch etwas zahlbar. Peugeot Caminos, Caminos sind schon wieder etwas selten, das ist etwas zahlbar, auch für die Jungen, oder? Die können sich etwas kaufen und daran herumwasteln und etwas zusammenschustern. Von daher finde ich es geil. Ich habe zwar lange gesagt, so ein Spruch ist immer, das ist so hässlich, das ist schon wieder schön, oder? Aber das ist natürlich auch etwas fies. Also, mir gefällt das Zeug langsam auch, weil es ist erstens, es gehört absolut zu, zu der Töffli-Zeit, wieso sind immer nur die Allerersten die schönen, oder? Man muss sich ein wenig darauf einlassen, auf das ganze Zeug. Und dann ist es eigentlich gut, letztens ist gerade ein Kollege bei mir gewesen, die sind jetzt die sechsten, sind es die, ich will jetzt nicht erwähnen was, sind es die, eine völlige Run, jetzt kaufen sie die Höbel zusammen und bauen sie auf. Also, wachwürdig? Ja, ich zeig dir mal das Vettel. Ist auch Piaccio, aber eine spezielle Ausführung. Okay. Irgendwie so eine grosse Version. Und jetzt kaufen sie das Zeug zusammen und macht sich jeder so einen Hobel, oder? Also, irgendwie geil und vor allem halt auch für die Jungen zahlbar. Das finde ich schön. Aber da haben wir es jetzt ein wenig mit einem extremen Fall zu tun. Sehr. Also, nichts Alltägliches. Der gute Mann hat da richtig viel investiert. Wenn wir hinten anfangen, da hat das Malossi Getriebe drin, er hat den Malossi Vario drin, er hat den Malossi MP1 Gehäuse, er hat einen 19er PHGB, er hat 46,5 Malossi Zylinder drauf, er hat malossi elektronische Zündung drauf. Und die, die mit dem ein bisschen zu haben, die können sich jetzt so selber zusammenrechnen, das geht in Tausende von Franken. Natürlich nur für die Rennstrecke, darum müssen wir schon die Nummer noch abdecken. Nein, das habe ich ja gemerkt. Oder mal etwas. Und er hat schon den dritten Zylinder drauf. Das Ding ist gelaufen, aber das Problem ist, er wird extrem heiss. Und das nicht nach Stunden Berg auffahren, sondern er wird schon nach 2-3 Kilometern extrem heiss. Und darum ist er jetzt zu uns gekommen und hat das Problem hier beschrieben. Wir haben jetzt den dritten Zylinder drauf, weder den Malossi 46,5 Malossi. Durchmesser übrigens, ja. Und jetzt gehen wir dieser Geschichte mal ein bisschen näher auf den Grund. Prinzipiell, wieso wird überhaupt ein Töffchen heiss? Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Wenn der Auspuff zu klein ist, wenn der Auspuff zu viel Rückstau hat, zu Mager läuft, zu hoch verdichtet, noch Quetschkante zu tief nennt, wird er noch zu heiss? Ja, Reibung natürlich, alles was mit Reibung zu tun hat. Reibung, genau. Je mehr Lager, umso mehr Probleme. Natürlich hier ist ein extremes Beispiel. Das ist so eingepfercht in das ganze Ding hier. Da geht es jetzt noch. Bei einem Ciao ist es fast noch schlimmer. Oben der Deckel drauf, das ist so wie eine Kamera. Also, ja, da muss man die Frischluft fast irgendwo dazugeben. Einfach wenn natürlich der ganze Zyklus der Luft nicht stimmen kann. Das ist ein riesiges Problem. Und da hat er kein Material dran. Das ist so ein kleines Gussgehäuse. Und ein Zylinderzylinder ist ja fast gleich gross wie das Gehäuse. Das kann die Abwärmen gar nirgends hin. Also da ist es schon irgendwann am Limit, oder? Einfach rein von der Bauart her, ja. Was natürlich auch ein weiterer Grund ist, Zündung kann natürlich auch etwas sein. Absolut, viel Vorzündung ist die Hölle. Ich habe das einmal gemessen im eingebauten Zustand. Und da bin ich auf 2,3 Millimeter Vorzündung gekommen. Und da müsst ihr euch vorstellen, wenn dort der Kolben hochkommt, dann hat er 2,3 Millimeter von OT. Brennt das Gemisch schon? Also da kommt schon der Druck. Aber er ist ja noch gar nicht ganz oben. Dann gibt es noch mehr Druck. Und ich vermute jetzt, dass dort das Problem liegt, weil die anderen Komponenten, die er hat, man hat einen Simonini-Auspuff. Also wenn es eben liegt sicher nicht. PHGB mit irgendwie 92 oder 95er-Düsen. Also da kommt sicher genug Most rüber. Verdichtung ist... Also die Quetschkante ist über 2 Millimeter. Also dort haben wir auch... Ja, hervorragend. 2,4 ist jenseits. Also das Ziel ist ja immer im Zweitaktereich, gleich in der Tiefen der Drehzahl hast du viel Vorzündung. Und in der höheren Drehzahl, da reicht irgendwie 1,2 Millimeter. Dann willst du spazündig. Darum hat man bei der alten Däuf zum Beispiel die Zündung einstellen können. Das ist genau aus dem Grund, wenn du im Strassenverkehr, also ich sage mal bei 50 kmh, hat ein wenig Verkehr und so. Dann willst du vorzünden, weil dann ist die Knackung unten raus. Und bei der Drehzahl ist es eigentlich optimal, wenn er runterkommt mit der Zündung. Also 2,4 ist natürlich jenseits, gerade bei hohen Drehzahlen. Das ist massiv zu viel. Die elektronische Zündung kommt natürlich nicht oben ab, aber die ist fix. Ausser die VEC. Die VEC sind geil. Dort haben wir es herausgefunden, dass es in der höheren Drehzahl kommt. Was dafür spricht? Darum habe ich die so gerne bekommen. Als ich die das erste Mal abblitzt habe, dann ist es richtig geil. Da geht es bis auf einen Millimeter zurück zum Schluss. Perfekt. Und jetzt probieren wir das mal aus. Jetzt gibt es... Wir haben hier vorne den Motor. Jetzt gibt es verschiedene Keile und das müssen wir euch erklären. Das ist jetzt eben der Malossi MP1-Gehäuse. Mit dem Zylinder drauf. Mit der Malossi elektronischer Zündung. Wie ihr es hier ganz gut erkennen könnt, hat es hier zwei Schrauben. Mit denen wird es fixiert. Fertig. Und so wie ihr richtig seht, kann man das nicht vertrellen oder verstellen. Wir haben hier einen Keil drin. Den Keil finde ich eigentlich gut. Weil wenn ihr beim Piaccio irgendetwas machen müsst, am Motor müsst ihr meistens ausbauen. Das heisst, das muss dann weg. Und so, wenn wir den Keil drin haben, dann habt ihr das Polrad sicher wieder einen richtigen Ort. Klar, theoretisch können wir das Polrad drauf, wie wir wollen, wenn wir den Keil weg lassen. Aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn man einen drin hat. Und jetzt gibt es hier verschiedene Keile. Das sind so versetzte Keile. Es gibt die in 1,4 Millimeter Versatz oder in 1 Millimeter Versatz. Jetzt bauen wir den mal ein. Der Piaccio, der ist ja ein Rechtsdreher. Also der drüllt den so. Das heisst, ich muss jetzt den Keil, oder ich kann ja den so einsetzen. Oder so. Und ich möchte jetzt, dass er weniger Vorzündung hat, dann muss er noch links versetzen, gell? Das stimmt. Ja gut, wir merken es ja, wenn es falsch ist. Aber ich meinte, es ist links. Ich kann den Keil so verwitschen. Ja. Ja. Perfekt, das haben wir leben lassen. Jetzt ist ja die Idee, dass wir den, bevor wir hier wieder einbauen, ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Tummel ist, also wieder einbauen und testen. Heute testen wir den Motorständer. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir das Polter hier sichern, weil sonst, wenn der das erste Mal läuft, ist der Keil nämlich auch kaputt. Das mache ich ja mal gerne mit dem hier. So. Jetzt ist es aber richtig angezogen. Der Vorteil ist eben, wenn ich jetzt das so anziehe, dann ist das Polter einfach mal fix drauf. Und dann kann ich da mit dem Gewind, schon mal sage ich dem, kann ich nämlich da, das drauf tun und kann den dann mit der Bohrmaschine so antreiben. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn man den Motor dreht und macht es schwupps, dann ist es draussen. Und wenn man es eben da an der Schraube antreibt, dann kann sein, dass es schwupps draussen macht, und das Polter und das Keil kaputt, und den Rest könnt ihr euch vorstellen. Nicht lässig. Herrlich. Ohne Auspuff. Das ist gut, dann ist der andere auch wach da hinten. Kögel! Bindeln! Ja, Blut! Blut! Immer Blut! Timur, bist du Velomechaniker oder was? Gut. Ich sehe, ich habe jetzt in der Motorenhalterung mal den Motor eingespannt. Jetzt zeichnen wir mit der Messsauere mal OTA an. was wir ungefähr wollen, auf dem Fliegeldings. Okay. Das wird wahnsinnig schön. Und jetzt verpeilen wir etwa 1,4. So mal, würde ich sagen. Ja, es ist eigentlich, was, 1,4? 1,4 wäre eigentlich gerade Ende, die Kante. 7,6. Okay, Strich ist 1,6. Gut. Oh! Was ist das? Aha. Silicom Velay. Also, da haben wir jetzt gerade ein wunderschönes Beispiel, wieso, dass man jetzt viel Diffmasser brauchen soll. Nämlich. Es ist genau nicht mehr vor. Versoffen. Ah, nein. Es hat es genau zwischen den Huren hier. Da hat es Silicom Wasser vor. Die Dura hat nicht mehr gemacht. Es ist einfach schnell vorab. Genau. Man sieht es hier wirklich schon wunderschön. Es ist einfach viel zu viel, oder? Ja, so. Aber er ist genau auf diesen 1,4, haben wir ja gesagt, ist auf der Kante. Ja. Das haben wir jetzt urschön gesehen. Also, der Zündseitpunkt ist jetzt genau auf dem Flügel, also 1,4. Was hast du jetzt für einen Keil drin? Der 1,4. Versatz? Ja. Und vorher hatte er 2,3. Ja, das steht natürlich nicht ganz, aber... Ja gut, auf den kannst du nicht gehen. Du müsstest ja theoretisch nach dem Graf gehen. Ja, ja. Und was gibt es sonst noch? 1,4 oder was? 1 Millimeter Versatz gibt es auch noch. Also, man könnte sogar noch ein wenig mehr Vorzeiten geben. Ja. Dann wäre es vielleicht bei 1,6 oder so. Also, perfekte Range eigentlich. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Wichtig ist einfach wirklich zu schauen, wie ihr niedetetet. Die können dann auf zwei Seiten niedetet. Und wenn ihr verkehrt macht, verdoppelt sich ja die Geschichte. Ja. Und dann habt ihr nachher irgendeine 3 Millimeter Vorzündung. Also, wohlgemerkt. Ich möchte das einfach nochmal ganz deutlich sagen. Mehr Power gleich mehr Explosion. Mehr Explosion gleich mehr Hitze. Also, jedes Tuning gibt mehr Temperaturen. Und gerade in so einem Fall. Also, klar, das kann man jetzt ein wenig zurückbringen. Der hat jetzt ein paar Zylinder durchlaufen, glaube ich. Das kann man jetzt natürlich schon so einstellen, dass das fahrbar ist. Aber optimal ist es natürlich nie. Also, das muss man einfach ganz, ganz deutlich sagen. Je mehr Leistung es man hat, umso heisser wird das ganze Zeug. Umso mehr Hitze muss man wegbringen. Dann muss man da nachher wahrscheinlich... Ich würde halt dort dann noch die Luft geben, dass die Luft so wirklich einströmen kann, um den ganzen Block zu kühlen, oder? Gut. Vielleicht hier noch eine Anmerkung. Das Teil kennt ihr sicher. Vielfach ist da kaputt und dann tun wir das einfach nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ein Paradebeispiel. Wie kommt die Luft? Die Luft kommt von da vorne. Also da. Die Luft sollte beim Zylinder, so wie die Rippen sind, so durchströmen. Kann es aber nicht, weil die Luft von vorne kommt. Also wenn das fehlt, dann ist ja ganz klar, dass es zu heiss wird. Absolut logisch, oder? Weil die Luft muss so durch, das kann es nur mit diesem Käppchen. Von so bringt es für den Zylinder null. Ja, dann ist es eh klar. Ja, aber bei mir habe ich es super montiert und wird da zu heiss. Ja. Also... Aber nicht so schlimm wie der wahrscheinlich. Ja, nicht dran abgestellt. Ja. Ja, das ist dich auf so engem Raum. Und da muss man schauen, wie bringe ich die Luft von diesem ganzen Ding weg. Das ist wichtig, oder? Also da muss man mit Luft einschaffen. Das war's mit Tricks und Gags. Wenn ihr solche Dinge habt, ganz klar. Wir machen auch Tunings für Rennstrecken und so weiter. Gar kein Thema. Nach oben ist ziemlich viel offen. Und natürlich, wir machen auch viel Spass. Wir machen noch andere Videos. Also checkt den Kanal einmal ab. Und schreibt doch. Nützt euch das etwas. Findet ihr das geil? Oder ist es einfach sinnloses Gequatschen? In diesem Sinn, macht's gut. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander, danke. Tschüss miteinander.